hallo hallo durchstarten herzlich willkommen hier auf meinem kanal zu einem weiteren video und heute werden wir uns mal eine ausbildung begeben als pilot von sehr sehr kleinen maschine like dieses video abonniert wenn ihr das nicht getan habt das würde mich mega mega freuen weil ich möchte noch die 300 abonnenten schaffen woche und twitter dann möchte ich wieder anfangen zu livestream also schaut da mal vorbei unten auch in der beschreibung verlinkt aber jetzt geht es erstmal los in diesem video in dieses video mit humor let's go klappt habe ich eine maschine hier ich und der andere darum ja wird schon passen jetzt machen wir das an das fährt das fährt okay langsam langsam nicht übertreiben langsam so jetzt gebe ich auf die startbahn 17 km h ok stop stop was soll ich machen jetzt jürgen soll ich machen nein ich bin auch noch nie geflogen also ich muss eine sache sagen ja also du musst ja gut fahren ja ok ich fliege einfach los ich fliege einfach los ich fliege einfach los checken check 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 ja sieht gut aus anschnallen check so motor ist an auf die karte gucken da sind wir da müssen wir hin ok und start 50 km h oh gott ich bin nur tourist ich möchte hier meinen führerschein machen ich will jetzt nicht verkacken und hoch 140 km h das war doch nichts oh gott jetzt über diese schöne insel wirklich sehr schön aus gut aussieht gut aus ok jetzt muss ich ein bisschen nach oben aber wir sind gerade immer noch auf 300 m nur 300 km h von mir scheiße alter kacke jetzt sind wir auf 300 m so oh schönes mehr hier schönes mehr alter warum sind meine scheiben so dreckig ich muss gleich wieder hier meinen manager anrufen das geht ja gar nicht jetzt muss ich hier nach rechts lenken so mal schauen das sieht gut aus ja gleich bringe ich auch ein mittelmeter das wäre ein bisschen doof so jetzt muss ich hier runter beschleunigen das sieht gut aus ja so ist es richtig ein bisschen zu schnell lande klappen ausfahren ausfahren so bremsen und da ist die startbahn dahin ich sehe sie und runter und runter ein bisschen nach links ein bisschen nach rechts runter jetzt bämsen den boden und ich habe es geschafft scheiße wir haben irgendwas kaputt gemacht oh oh wir müssen durchstarten bitte bleib stehen hallo hallo durchstarten aber scheiße was wird das denn jetzt ach verdammt kann mal passieren kann mal passieren jetzt aber besser machen weil das dürfen wir uns jetzt nicht erlauben so jetzt hier einmal rum weil ich möchte doch auch einmal in der großen airbus maschine sein und viel geld verdienen so jetzt runter 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 ist gar nicht mal so leicht alter scheiße warum mache ich sowas so jetzt gelandet perfekt jetzt bremsen 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 motor ausmachen bremsen oh das sieht gut aus der mutter wieder an oh oh edewitzka was war das denn jetzt für eine mission mein alter schuldig du bist immer geflogen war das gut also ob das gut war das kann ich euch nicht beantworten ja aber ich mag das nix mal besser ich mag das nix mal besser ich mag das nix mal besser ich sag es ihnen nix mal wird besser hoff ich so irgendwas ist bei uns kaputt ich weiß nicht was instant ist aber ich muss jetzt hier aussteigen ey ich muss jetzt hier raus ich muss erst mal anschauen was hier kaputt ist ok sieht alles gut aus sieht alles gut aus alles gut aus ja das sieht gut aus ja die lande klappen sind noch auf ja au 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 so was gibt es denn hier noch ja sieht gut aus ja obit express ich bin jetzt in der luft 1500 m ich habe mich jetzt ein bisschen eingefahren ein bisschen eingeflogen so wie es ist so mit dem wind und alles es sieht auch es ist schön es ist schön es ist schön es ist schön so jetzt müssen wir hier aber bisschen runter würde ich mal sagen würde ich sagen runter so so oh schön jetzt machen wir mal hier alles aus so jetzt versuchen wir es nochmal gut aufzulangen ohne einen crash so dafür brauchen wir jetzt schon die lande klappen das wird zu schnell sein jetzt schon ey so so perfekter anflug jetzt müssen wir noch runter mit dem gas das sind bäume 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 ok wir müssen jetzt hier nach unten machen wir mal schönen Grundflug ja jetzt wieder hoch ja das sieht doch schön aus so die ist auch die startbahn von gerade moin moin da war sie gerade also jetzt gehen wir hier mal wieder einmal in den kreisel drehen was langsamer wäre und ist gut also das finde ich jetzt ein bisschen auch ganz von ihnen dass sie das meinen so was nichts ich kann nicht ich also ne das akzeptiere ich nicht so jetzt muss ich nur noch landen dann habe ich schon mal einen führerschein jungen für diesen geilen alter für dieses geile ding hier ich muss jetzt nur noch perfekt landen habe ich es vielleicht hat er mir gesagt vielleicht ich sehe sie ich sehe sie da ist er da ist sie ok so jetzt muss gelandet werden bäume zwischen den bäumen durch gut jetzt hier perfekte lande ich glaube dann sind auch schon wieder da alter und ich bin wieder unten Eis Eis sieht gut aus das sieht gut aus jetzt muss ich das noch an den Hangar fahren ohne hier irgendwas kaputt zu machen und dann schauen wir mal ob er mir die Führerschein geben wird also wenn nicht dann bin ich echt das wäre unter dem Strich auf gut Deutsch gesagt ja ich habe mir sehr sehr viel Mühe gegeben so jetzt rein hier mal schauen dass ich nichts ramme ja jetzt zweimal rum ui äh hat keiner gesehen alles gut Motor aus genau perfekt und wie ist das Endresümee also sie fragen mich wie es war also es war kopf mir ist übel aber ich glaube ich muss auch warum sagen sie mir sowas ich echt ich wollte sie nicht verletzen damit aber wirklich hören sie damit auf ein bisschen schon krass was sie jetzt sagen also ich habe ihn 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.